So, hier sind wir bei dem Oscars-Tanz-Pup. Also für Leute, die noch nie hier waren, das ganze hier unten wollten sie ja schon mal meiner Meinung nach abreißen und neu machen, das ist natürlich alles mit Kosten verbunden. Da kann ich irgendwas in die Hand nehmen. So, jetzt mache ich noch einen kleinen Schwenk und dann tue ich sie weg. Wir sind jetzt halt an der Nexo. Ich bin der Nexo. Ich bin der Nexo.